Na? Ah, ja, dann machen wir es halt nochmal. Bei mir liegt jetzt also die Sequenz, da haben sie einen Angeschlagener liegen, Alter. Blöd gemacht. Oh, Mann! Oh, Mann! Lachen im Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was hat sich bei der Waffe getan? Verbessern. Hat sich da irgendwas getan? Ok, da. Knochensensenmann 1, Affinität 0, Angriff 61, Schlaf 80, Verteidigungsbonus plus 10. Da unten habe ich Wasser dran, Dibertus. Da irgendwas. 451. 561 ist halt schon, Walter. Wo wollte ich ja. Wow, was brauche ich denn da? Monsterhartknochen, da hätten wir nicht einmal so viel Fällen dafür. Da brauche ich 4 Stück und habe ich einen, dann hätte ich den Knochenbaum. Da kriegst du schon mal eine Rüstung. Und was ist da unten? Legianerbaum. Da kriegst du ein Eis-Element. Das Element zipft man immer an. Hm. Und sonst ist nichts dazu gekommen. Was soll ich herstellen? Ja, dann werde ich den Knochen-Ding anschauen. Da Blitz ist auch wieder was. Greller Blitz. Und anders? Ah, 560 war ich. Aber das ist ja wirklich Knochenbaum. Seltenheit 6. Kann ich ein Ding rein tun. Slots. Pats noch umbrauche ich. Bringt mich dann auf 571 auf. Affinität würde ich auch. Das ist schon wieder cool. Und da ist was da drauf. Das ist noch eine Explosion. Da ist nicht drauf, mit dem nimmts. Der Explosionsangriff fallert halt weg. Das ist halt das Schade. Valico, was habt ihr? Legianer-Set, die im Ofen ist jetzt nicht unbedingt, ja, der ist nicht wirklich besser. Set, ja, kann man eh nichts machen. Achso, der hat die rosa Ratter los, das ist gar nicht da, das hat er gar nicht. So, dann Ausrüstung verbessern. Ich möchte schauen, bei der neue Equip, kann ich das jetzt hoch schießen, da. Wie hoch geht's denn jetzt auf, ich bin vier. Okay, dann machen wir das einmal. Verbessern. Eisangriff. Das muss's. Dann da. Explosionsangriff habe ich zwei Stufen. Ich habe Pompotierer A2. Ich glaube, ich habe Pompierer A2. Hm. 50, okay. Dann ist wenigstens die Verteidigung höher. Verbessern. Und da ist dann... Und da ist dann... ...neine... ...den Angriffstalisman... ...mit dem man Angriffsboost hochschießen könnte. Hm. Den werde ich jetzt dann auch verbessern. Und ausrüsten. Das Antigift-Dings brauche ich denn. So, Ausrüstungs-Info. Wie schaut's da jetzt aus? Angriffsboost habe ich jetzt auf drei, ist das Angriff plus neun. Hm. Explosionsangriff ist auf drei. Das ist halt nicht schlecht. Das ist halt schade, wenn ich dann da keine Explosion mehr hätte. So. Aber das passt einmal. Die Quest hast du wieder zurückgezogen? Nein. Dann... Dann... Achso, äh, muss ich auch. Passt schon. Quest beitritt. Verfügbare Aufgaben... ...da ist es. Und... ...ja, kleines Erste Lager, so. So. Dann kleines Zwölf habe ich. So, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Oh, weh, weh. Dann probieren wir es noch einmal. Ich halte jetzt ein bisschen mehr. Ich bin ja schon bei ihr. Das ist noch besser. Das ist scheiße, ich wollte noch was essen. Ja, das ist mir vor, dass wir... Ich check das, warum das zusammen passiert. Nun, na, 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 na. Geh weg. Das wollte, so. Diese gemütlichen Slogan die. Der ist. Ja. Ja. Nehmen wir ihn, so. A-Grupp-Bereich. So, jetzt können wir was essen. Was passt? Jetzt hätte ich gern... Kiste, Material mitnehmen. Was sind denn die Rationen jetzt? Ah. Ich bin schon voll. Okay, sehr gut. Mega-Dämonenmittel, das habe ich mir auch gegönnt. Passbomben habe ich mitgenommen. Die Rationen ist gut. Das ist ein Dämon. Und das ist ein Dämon. Hier ist es vorbei. Hier ist es vorbei. Da war es kein Gift. Ja, jetzt habe ich mir das Start-Menü angepasst und wie kann ich es jetzt auswählen? Das ist normal mit dem links oben, ne? Den doxen. Weißt du, wo du meinst? Wenn du hinten LB glaub ich haltest, ne? Ja. Und dann mit dem Joystick herumtust, mit dem rechten. Oder mit dem Steierkreuz kannst du da hin und her tun, ne? Um switchen vorher. Das musst du halt halten hinten. Ich würde einfach gern, ach so, ich hätte es oben einstellen sollen beim Menü A, ne? Aber ich hätte jetzt gern Menü B einfach aktiv. Ja, da musst du nach unten drücken mit dem Steierkreuz. Also Dings oben halten und dann nach unten drücken. Mit dem anderen Steierkreuz halt, ne? Ja. Ja, aber, warte mal. Ja, nehmt immer das andere. Es bleibt nicht das. Es bleibt immer das erste oben. Aber du musst oben Dings halten, ne? Und dann unten switchen. Ja, ich bin schon oben und drück oben, dann ist Menü B, aber ich hätte es gern unten aktiv. Das Menü B. Ja. Das leuchtet ja nachher, ne? Aufgrünet bei mir. Ja. Und dann siehst du bis rechts noch das dort Menü da verändert, ne? Ich bleib dir nicht mit dem Stick, mit dem Steierkreuz. Ja, ist mir schon klar. Ich schau, da steht Menü A. Ja. Das hab ich drinnen. Ich kann da Kommunikation noch rumwischen, wenn ich links druck. Rechts Munition. Ja, es geht halt immer weg. Ich kann es nicht aktiv halten. Dass es rechts unten drinnen ist, dass es einfach das mein Hauptmenü jetzt ist. Also das musst du immer wieder holen, ne? Ja. Das interessiert mich nicht. Das wollte ich nicht. Ja. Auwe. Was tust du? Ja, ich wollte da rumspüren. Das ist immer ein Booster. Dann muss ich Menü A halt anpassen. Na, dann muss da, oder? Das ist ein Trick, oder? Ja. Das ist ein Megatank. Ja, das ist ein Erfolg. Und dann muss da. Das ist ja normal. Abenteuerl lieber da und da tue ich das Gegengift und dann kann ich da gleich mit Gegengift So, den Weizstein noch, das andere Objekt ist Weizstein, Ströping Wo ist das hier? Arbeek, Fangenetz Kräutermedizin Und der Heli ist online Ah, da spielt's Gamm Das geht Und da tun wir die mega Nährstoffe Mit dem Erdrehen Erdrehen Der Erdl Da ist eine Grillspießbäunde Nur drödeln Nur drödeln Jetzt hilft mir da auch nix Das andere machen wir nachher Wo sind die Nährstoffe? Das andere Objekt Ach so Ja Puh Was macht er? Ach so Ein Braten Warte Machen wir ein bisschen Sushi Oh, da kommt wer dazu jetzt Was ist das? Was ist das? Ja, ich denke schon Bäh Warte Ja Geh'n wir sie auf, es hilft nix Das wird ja nicht besser Und ... Christel, hast du mitgenommen und auch? Ja, es ... Es funktioniert ja nicht, wie ist mir vorstuhl Es funktioniert ja nicht, wie ist es mir vorstuhl Booster kann wieder verwendet werden. Sehr gut. Die Bearbeitung der... was? Beitrittsanfahrung wurde abgeschlossen. Aha, kommen welche dazu? Der Herbert und Dings ist schon gut. Okay, dann pass. Dann kriegen wir noch Leute. Sechs, das ist auszug. Willst beitreten. Ja, sind wir voll. Super funktioniert. Mein Tortenmenü ist super anpasst. Es ist wieder gleich wie vorher. Ich scheck's nicht. Jetzt tue ich extra bei A die Sachen tauschen. Das tut's nicht. Das Lustige ist, wenn ich rein gehe, dann auf Tortenmenü anpassen. Dort ist er so eingestellt wie da. Und auf Tortenmenü auch. Was ich nicht verstehe. Warum übernimmt er das jetzt nicht? Wir draußen. Ich weiß nicht, lassen wir da zwei arbeiten. Und wir schauen da zu einfach. Naja, das wird leider nicht funktionieren. Du siehst, auch mal so spanzieren gehen ein bisschen und so. Ja. Dann kommt der Rad hier. Wo ist denn das? Da ist es. Du verwirrst mich. Das Kraut mitnehmen. Ja. Brauche ich. Das auch. Was? Du hast das Monster verloren. Es scheint das Gebiet verlassen zu haben. Was für uns? Ja, ich weiß noch. Der Radian. Ich hab keine Ahnung. Ich hör noch. Ich hab's markiert. Da oben ist er. Außer Radian. Ja, okay. Die anderen sind mir wurscht. Jetzt geht's wieder. Hä? Ja, was weiß ich. Was hab ich dann markiert gehabt, oder? Keine weg, wo ist ja gewesen. Hm. Achtung. Die eine. Ah ja. Äh. Geht schon los, die Feinden ja schon. Das ist ein Bass. Ich komm her. Der Gayrick-TV. Ah, Fußspuren. Den bin ich noch mit. Ohne. Ah, jetzt kommt da mal Musik. Ohne. Ah, weh. Vergiftet und alles hat er schon mit. Und er hilft die Energie abgeschlagen. Das ist ja schon mal gut an, ne? Sicher nix, wenn da die anderen einander flirren. Hahaha. Da tun wir die Schlafkröte. Vielleicht hilft das was. Ah, das weh dann. Ah, das weh dann. Ah, das weh dann. Ah, das weh dann. Ich komm da nicht durch für die Schuppen. Beim Vorsch ist er hinten veranzert, Alter. Ja. Ganz hinten beim Schwanz wieder eine. Wahrscheinlich die Kacke ist schon so hart hinten, weißt du? Ja, die Hämorrhoiden, Alter. Die größten. Weck. Weck. Ich muss weg, dringend. Ich bin schon wieder damisch. Sehbreiter kannst ich nicht bewegen. Na. Der Arne sitzt hinten. Der Mary Jane. Hey Mary. Was hat man da jetzt dann? Wer tut denn den Scheiß? Ja, Alter. Wer ist denn den Scheiß? Ich komm nicht durch. Ich schlaf jetzt. Weil da irgendwer... Ist ja nicht, Alter. So schön beim Schädel jetzt knoppen und dann schläft einfach rein. Ja, super. So. Da siehst du, über Blitzfalle könnte ich mal machen, ne? Ich bin giftig. Sehr furchtbar, wie der dazu haut einmal, ne? Ja, Alter. Das brennt ja alles da, die Bude. Puh. Mehr da. So, Alter. Ich komm mir auch nicht weg, weil da ist wieder irgendein Drum im Weg, der Bam, Alter. Ich kann ja... Sehr gut. Jetzt. Da schießt mir unser Feuerwerk. Das dürfte der eine sein, da. Der hat ja quer, glaube ich. Ich hab da was fallen lassen. Wof, wof, wof. Wof, wof. Na, 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 na. Ich will nicht wegfliegen. Na, jetzt hab ich das eingesetzt. Und mein Tortenmenü falsch umgestockt hab. Ja, sicher, Alter. Geht unge Zeit auf die Eier. Aber der Erdogan. Ja, da ist der Katar, oder? Ja, der kommt schon hinter mir, ne? Ja, der ist hinter mir, ne? Ja, der ist hinter mir, ne? Ja, der ist hinter mir, ne? Da oben. Die muss weg. Ja. Ah, er kommt bei der Auto. Ja. Er hat mich ganz gut auch lebt. Ja. Ne, wenigstens geht auch die. Haha. Super. Schön. Interessant, ne? Ja, ja. So, komm zwischen. Mal aufschalten. Ich hab's nicht. 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 Jetzt fliegt der Tür überweg. Schau mal, wie es das bringt, das Dämonen-Ding da. Das ich gefressen hab. Da war noch nix. Weil er schreit nicht zu viel. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Du gehst nicht hin. Ich hab's nicht weg. War das ein Schwanz verdun? Nein, gell. Nein. Der verliert seinen Schwanz. Ja. Der hängt an deinem. So. Na ja, immer dran riefen. Da ist auch Buschburg gewesen. Die alten Spuren, immer da schnell. Bist du nachher, Alter. Das ist mein Lieblings-Gegner. Oh, oh. Toll. Du hast ihn schon erstes gefunden. Nee, ich war nicht. Der andere war nicht. Der Alter. Der Alter. Komm runter. Ich weiß nicht. Dass die immer rumfliegen müssen. Unfair. Er schießt mir, dass eine Konfetti-Kanone abtut. Und ich kann nicht tun. Ich mag hinten gar nicht angreifen mehr. Aber vorne ist auch scheiße mit seinem Feuer. Ich weiß nicht, wie ich tun soll. Ich weiß nicht. Ich bin beruhigt, Alter. Oh, der Falle kriegt da. Ich bin wieder Falle gekleckt. Der Fallgrube. Ja, Alter. Steck die Waffen halt nicht ein und bewegt die. Das ist so dumm. Du musst die Waffen einstecken und dann braucht er extra Zeit. Da kannst du nicht ausweichen und nix. Ja. Was ist denn das für eine Logik? Ich probiere mal was. Fastbombe. Hoppala. Du weißt schon, dass es mir drin ist. Ich hab noch eine. Wo ist er da? Jetzt hängt der Schein.